Willkommen zu The Market Deep Dive. Mein Name ist Marc Dietli, Chefredaktor von The Market. Heute sprechen wir über das Thema Stagflation und wir gehen der Frage nach, was Stagflation für die Finanzmärkte und die verschiedenen Anlageklassen bedeutet. Die Inflation in den USA ist auf den höchsten Stand seit 1981 geklettert. Im Monat Mai lag die Jahresveränderung der Konsumentenpreise auf 8,6 Prozent. Auch in Europa übrigens liegt die Inflation, wie Sie sicher wissen, momentan auf über 8 Prozent. Wenn man nun schaut in den USA, die Google Trends, also die Google Suchen für den Begriff Stagflation, die haben deutlich zugenommen. Im Juni hier lag die Google Suchrate nach dem Begriff Stagflation auf dem höchsten Stand seit mindestens 15 Jahren. Was ist Stagflation genau? Das ist eine wirtschaftliche Stagnation bei gleichzeitig hoher Inflation. Und wie gesehen, wir haben momentan rekordhohe Inflationsraten und wir haben eben auch eine Wirtschaft, die sich allmählich abschwächt. Und da und dort sind bereits Prognosen einer Rezession zu hören. Es könnte also sein, dass wir uns in ein stagflationäres Umfeld bewegen. Nun fragt man sich natürlich, was das für die Finanzmärkte bedeuten wird und was das für die verschiedenen Anlageklassen bedeuten wird. Wir haben historisch natürlich eine Periode von Stagflation, die wir untersuchen können und das sind die 70er Jahre. In den 70er Jahren hatten wir ähnlich wie heute hohe Inflationsraten und eine wirtschaftliche Stagnation, eben eine Stagflation. Und die Ökonomen von Rosenberg Research, einer kanadischen Research Boutique, haben untersucht, wie sich die verschiedenen Anlageklassen in den 70er Jahren während dieser Stagflation verhalten haben. Und Sie sehen das Resultat dieser Untersuchung in dieser Grafik. Die roten Balken, das ist die jährliche durchschnittliche Performance nominal betrachtet und die blauen Balken ist die jährliche durchschnittliche Performance real betrachtet. Also eben, das ist natürlich wichtig, in einem inflationären Umfeld muss man gut unterscheiden zwischen nominaler Performance und realer Performance. Also die reale Performance ist ohne die Inflationsrate berechnet. Sie sehen, in den 70er Jahren war Gold das beste Asset mit einer realen jährlichen Performance von etwa 18, 18,5 Prozent. Ebenfalls stark in den 70er Jahren hier, der blaue Balken war Öl. WTI steht für West Texas Intermediate, die amerikanische Referenz Ölsorte. Dann haben wir Farmland, also Agrarland, ebenfalls mit einer positiven realen Performance. Immobilien, Real Estate und verschiedene Rohstoffsektoren hier, Agrargüter, Metalle. Damals gab es noch Textilien als Rohstoffsektor. Also die realen Assetklassen haben auch inflationsbereinigt in den 70er Jahren eine positive Rendite abgeworfen. Ganz anders sah es auf der anderen Seite aus. Das, was die Ökonomen von Rosenberg Research hier als Finanzanlagen nennen. Cash nominal zwar eine Performance von etwas mehr als 5 Prozent, aber eben, das wurde total aufgefressen von der Inflationsrate, sodass real eine Minus-Performance über die 70er Jahre stattfand. Das gleiche mit Anleihen, Obligationen hier. Unternehmensanleihen und Staatsanleihen hat man real ebenfalls Geld verloren. Ebenfalls real schlecht erging es dem Aktienmarkt, dem S&P 500 hier und dem Dow. Und hier, das ist der Dollar, der Dixi, der handelsgewichtete Dollar-Index. Also simpel gesagt, mit realen Assets hat man in den 70er Jahren Geld verdient. Gold, Energie, Öl, Agrarland, Rohstoffe und mit finanziellen Assets, mit Cash, mit Anleihen und eben auch mit Aktien. Natürlich, Aktien sind normalerweise eigentlich reale Assets, aber die 70er Jahre waren eine sehr schwierige Zeit für den Aktienmarkt. Und auch mit Aktien hat man eben in den 70ern auf realer Basis betrachtet Geld verloren. Interessant ist nun, wenn man innerhalb der Anlageklasse Aktien noch schaut, wie sich die verschiedenen Sektoren entwickelt haben, also die verschiedenen Branchen, Industrien innerhalb der Anlageklasse Aktien. Wir sehen hier das Gleiche nochmals. Das ist jetzt eine Auflistung der Aktiensektoren-Performance in den 70er Jahren, jeweils in den USA dargestellt. Und Sie sehen Aktien, die mit dem Bergbau, also hier Mining und Minerals, in Verbindung stehen. Die haben real, wieder man muss die blauen Balken hier betrachten, nicht die roten, die blauen zeichnen die reale Performance. Und Aktien aus dem Bereich Rohstoffe, Mining und Minerals, haben jährlich im Durchschnitt 5% Performance abgeworfen. Ebenfalls positiv abgeschnitten haben Aktien aus den Bereichen Öl und Petroleum Products. Auch hier, das ist im Prinzip ein Abbild. Wir haben vorhin gesehen, Öl und Rohstoffe haben sich gut entwickelt in den 70ern. Und das sind auch die beiden Aktiensektoren, die sich gut entwickelt haben während dieser Zeit. Also Aktien von Unternehmen, die im Rohstoff- und Ölfördergeschäft tätig waren. Dann alle anderen Aktiensektoren, hier begonnen mit Chemie, Transport und so weiter, haben auf realer Basis betrachtet, während den 70er Jahren eine Minus-Performance abgeliefert. Interessant ist nun, wenn wir schauen, hier im schlechtesten Bereich, also die Sektoren, die schlechteste Performance in den 70er Jahren gezeigt haben. Das waren Automobil, langlebige Konsumgüter, dann hier Utilities, das sind Versorger, aber hier Retailing, Konsum, Textil, Bekleidung und Schuhwerk, ebenfalls konsumgetrieben, Food, Financials. Also eine Ballung von konsumgetriebenen Aktien. Und das macht natürlich intuitiv Sinn. In einem stagflationären Umfeld, also wirtschaftliche Stagnation und gleichzeitig Inflation, da sinkt ja die Kaufkraft der Konsumentinnen und Konsumenten und entsprechend hatten sie eben weniger Geld zur Verfügung, um Autos zu kaufen, um langlebige Konsumgüter wie Kühlschrank, Gewaschmaschinen und so weiter zu kaufen oder auch ganz einfach, um im Detailhandel Geld auszugeben. Übrigens ein Hinweis noch, in den 70er Jahren waren die heute gebräuchlichen Sektoren, wie sie von Standard & Poor's aufgestellt sind, noch nicht in Kraft. Deshalb haben wir eine leicht andere Übersicht hier nach Sektoren. Sie sehen auch zum Beispiel den Technologiesektor, der heute extrem wichtig ist, vor allem am amerikanischen Aktienmarkt, den gab es damals in dieser Form noch gar nicht. Aber simpel gesagt, eigentlich das Take-away ist, in einem stagflationären Umfeld in den 70er Jahren haben Aktien aus den Bereichen Rohstoffe und Energie positiv abgeschnitten auf realer Basis und Aktien besonders aus dem Bereich Konsum haben schlecht abgeschnitten. Wenn ich ein Fazit ziehe, in einem stagflationären Szenario nochmals, das ist einfach die Lehre, die wir ziehen können aus den 70er Jahren. In einem stagflationären Szenario schneiden reale Assets wie Gold, Rohstoffe oder Agrarland, Agrargüter gut ab. Und innerhalb des Aktienmarktes schneiden die Sektoren Rohstoffe und Energie überdurchschnittlich gut ab. Meiden in einem stagflationären Umfeld sollte man zyklische Konsumgüter, denn die leiden besonders unter dem Kaufkraftverlust der Konsumentinnen und Konsumenten. Dies nur ein kurzer Überblick oder die Lehre, die wir heute ziehen können aus den 70er Jahren, als wir eben das letzte Mal die heutige Konstellation von hoher Inflation bei gleichzeitig allmählich stagnierender Wirtschaft haben. Ganz, ganz wichtig, es ist noch nicht gesagt, dass wir auch in den nächsten Jahren wirklich in eine ausgewachsene Stagflation rutschen werden. Und es ist auch nicht gesagt, dass es genau gleich ablaufen wird natürlich an den Märkten wie in den 70er Jahren. Trotzdem ist es durchaus wichtig zu verstehen, dass in einem stagflationären Umfeld eben reale Assets und reale Güter gut abschneiden, während nominale Assets eine schwierige Zeit an den Märkten haben. Denn Sie wissen, wie immer, die Geschichte, die wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Das war The Market Deep Dive. Wir beleuchten an dieser Stelle regelmässig Themen, die die Finanzmärkte beschäftigen. Uns interessiert aber vor allem, was Sie beschäftigt. Schreiben Sie uns deshalb Ihre Themenwünsche, die Sie gerne im The Market Deep Dive behandelt sehen möchten, an deepdiveatthemarket.ch. Wenn Sie weitere Videos von The Market sehen möchten, dann abonnieren Sie bitte diesen YouTube-Kanal. The Market ist ein digitales Finanzmedium, das sich an versierte Anlegerinnen und Anleger richtet. Besuchen Sie uns auf themarket.ch. Als Zuschauerin dieses Videoformats finden Sie ein spezielles Abo-Angebot unter go.themarket.ch. Diese Sendung wird unterstützt von Schroders, einem weltweit führenden Asset Manager.